Hallo und herzlich willkommen meine lieben Gold- und Silberfreunde zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr habt jetzt eine kleine Zeit nichts mehr von mir gehört, aber ich bin jetzt wieder für euch da. Im letzten Video haben wir uns angeschaut, den Goldfreni oder das Goldfrenili. Darüber habe ich alles über die Münze erklärt. Wer das Video noch nicht gesehen hat, verlinke ich es euch nochmal oben. Auf jeden Fall sehenswert. Und da erfahrt ihr alles über das Goldfreni, das in der jetzigen Zeit mit Sicherheit immer eine gute Investition ist. Über was möchte ich heute mit euch sprechen? Im heutigen Video möchte ich mit euch darüber sprechen, dass Gold bald 10.000 Euro wert sein soll. Und als zweiten Teil vom Video möchte ich auf ein paar Kommentare noch eingehen, was mit Sicherheit für alle auch mal ganz interessant ist, indem ich dann auch manche Sachen einfach nochmal besser erläutere für euch, damit ihr auch in Zukunft am besten geschützt und gewappnet seid vor jeglicher Krise und Fehlern bei der Investition. Als erstes zum ersten Teil. Gold soll bald 10.000 Euro wert sein. Wir haben hier eine Goldmünze, eine Unze. Eine meiner Lieblingsmünzen habe ich hier dabei, nämlich die Queen's Beasts Münze, der komplette Coin mit allen 10 Wappentieren noch drauf. Die Serie ist 2021 ausgelaufen, ist jetzt mit den Tudor Beasts neu angefangen, neu aufgelegt worden. An sich eine sehr, sehr schöne Münze. Wir haben aktuell einen Goldpreis von 1.826 Euro. Wir haben hier einen Höchstpreis oder Höchststand von Gold. Und es wird sich auch zeigen, dass das noch nicht das Ende ist, was wir erreicht haben. Denn es ist so, die Krise, in der wir stolpern, den einen nach der anderen, ist es so, dass sich immer mehr Menschen natürlich in Gold flüchten. Da dies natürlich in der Krise sich bisher immer bewährt hat. Trotz alledem hat sich auch der Aktienmarkt erholt. Also selbst wenn jetzt ich wieder meine Aktien, wenn jemand auch in Aktien investiert hat, sehe, dass diese wieder etwas bergauf gehen, ist es aber trotzdem so, dass das Gold gleich bleibt. Das ist natürlich auch für viele, die was immer sagen, wenn Aktien fallen, steigt das Gold. Man sieht jetzt Aktien steigen wieder, Gold bleibt aber oben, dass damit das nicht immer einhergeht. Von dem her ist es natürlich immer wichtig, wenn man Gold in seinem Portfolio hat. Denn es ist so, wir haben den höchsten Goldstand seit Beginn der Aufzeichnungen von Gold. Gold war schon immer etwas wert, schon vor vielen Tausenden von Jahren. Und wird es auch immer weiter sein. Man wird auch immer sehen, dass auch historischere Münzen, wie hier zum Beispiel das Vreneli, was ja immer sehr bekannt ist und auch als Anlage immer sehr gerne genutzt wird. Hier die 20 Franken. Aber auch der Souverän ist immer eine sehr, sehr schöne Münze. Hier mit der Elisabeth II. in Jung. Es ist so, ob ich jetzt in historische Münzen investiere oder in aktuellere Münzen, das ist egal. Hauptsache es ist Gold. Das Gute ist immer, wenn wir natürlich einen hohen Goldgehalt haben. Das ist natürlich auch wie bei den Goldbarren immer eine gute Investition, weil die bestehen immer aus 999,9. Es gibt natürlich noch andere, wenn man die Vrenelin nimmt, die sind natürlich nur aus 900er Gold. Aber es ist natürlich immer an den Goldpreis angepasst. Wichtig ist es natürlich immer, dass man darauf schauen sollte, dass man sein Gold zurzeit behält. Aber auch momentan ist es noch gut, in Gold zu investieren. Ja, der Preis ist sehr hoch. Das stimmt. Aber der Preis wird noch weiter steigen. Es ist auch so, dass die Länder, die was in Gold investieren, noch mehr in Gold investieren werden. Und somit sich ihre Goldreserven weiter ausbauen. Und es ist ja auch die Sprache, wie ich am Anfang gesagt habe, dass Gold neu festgelegt wird. Und dann Preise von bis zu 10.000 Euro pro Feinurze dabei rauskommen. Ich gehe noch nicht davon aus, dass wir bei einem so hohen Preis landen werden. Aber wir werden mit Sicherheit merken, dass wir nicht mehr auf die 1.200 wie vor 3, 4, 5 Jahren runtergehen werden. Wir werden jetzt immer auf einem höheren Level bleiben. Und deshalb wird Gold immer etwas wert sein und wird natürlich auch nicht groß an Wert verlieren. Gold wird natürlich auch immer rarer. Das heißt, die Minen sind schon sehr, sehr tief, die was nach Gold schürfen. Gold wird immer mehr benötigt. Besonders jetzt auch in Bezug auf neue Elektronik. Chip-Halbleiter, wo überall Gold mitverwendet wird. Und das zwar auch alles oder vieles mit Recycling noch betrieben wird. Aber trotz alledem ist es natürlich so, dass Gold benötigt wird. Und wenn wir natürlich immer mehr Chips und Halbleiter benötigen, benötigt man auch mehr Gold. Und das treibt natürlich auch den Goldpreis nach oben. Es ist nicht so wie bei Platin damals, dass man dann bei den Katalysatoren bei Fahrzeugen dann gewechselt hat. Das ist quasi so, wenn ich hier Platin hatte und Platin ist enorm gestiegen im Preis. Dann gab es ein anderes Metall hier, Palladium. In dem Fall das, was dann auch gestiegen ist, weil natürlich der Platinpreis sehr, sehr hoch war. Und Palladium auch für die Katalysatoren gut war und auch hergenommen werden konnte. Und somit stieg natürlich auch der Palladiumpreis und der Platinpreis viel etwas. Platin und Palladium, ich habe jetzt hier leider keine Münzen oder Barren für euch da. Da ich in diese beiden Metalle auch nicht wirklich investiere. Auch aufgrund der hohen Steuern, die man da drauf zahlen muss. Hat man da aber gesehen, dass natürlich auch wenn ein Metall gerade viel benötigt wird, stark steigt. Und beim Palladium merkt man das, dass der Preis nicht wirklich nach unten geht. Auch im Platinbereich. Bei Silber ist es so, ich habe euch hier eine Münze mitgebracht, nämlich hier den Maple Leaf in Silber. Silber ist es so, dass Silber natürlich auch steigt. Das zieht immer dem Gold nach, aber hat noch nicht wirklich das erreicht, was es erreichen sollte. Ich gehe schwer davon aus, dass wir am Ende des Jahres bei 30 Euro pro Feinunze Silber sind. Einfach aus dem Grund, weil natürlich jetzt auch viel in erneuerbare Energien gesetzt wird und da Silber auch benötigt wird. Aber auch, weil das Metall an sich auch immer rarer wird. Genauso wie im Goldbereich. Wenn ihr jetzt sagt, ich möchte jetzt noch investieren, möchte jetzt noch die Chance nutzen, solange das Gold jetzt noch bei einem niedrigeren Stand ist, als wieder in ein paar Jahren, würde ich natürlich immer empfehlen, in Münzen und Barren zu investieren und nicht in Schmuck. Denn Schmuck ist immer verarbeitet, das heißt, da gibt es dann immer die Aufpreise. Ich würde auch immer auf der Seite gold.de vergleichen, was natürlich wenig Aufpreise hat. Wo ich jetzt nicht investieren würde, wäre in Sammlermünzen, wie jetzt hier zum Beispiel den Somalia-Leoparden, hier Jahrgang 2021. Eine sehr, sehr schöne Münze, aber man kauft sie schon mit Sammleraufschlägen, auch wenn sie frisch rausgekommen ist. Ist an sich natürlich eine sehr, sehr schöne Münze, hat eine Auflage von nur 1.000 Stück. Also es ist weltweit, gibt es diese Münze nur 1.000 Mal. Ich habe mir da ein paar Stücke zweiergattern können, aber das sind natürlich Sammleraufschläge, die man zahlt. Bei den Goldbarren ist es meistens so, dass die mal sehr, sehr nah am Goldpreis gehandelt werden, da da nicht viel Aufwand betrieben muss, um diese zu prägen. Anders natürlich als bei Münzen und da ist es natürlich schon so, dass man da immer die aktuellsten Jahrgänge nehmen soll, auch von Serien, wenn man sagt, man will jetzt in Serien investieren. Besonders hier im Queen's Beast Bereich ist es natürlich eine sehr, sehr schöne Münzserie gewesen. Und jetzt mit den Tudor Beasts ist es natürlich auch eine schöne Serie, in der man jetzt noch anfangen könnte zu investieren. Man kann natürlich auch in kleinere Sachen investieren, wie hier zum Beispiel 1 Gramm Goldbarren oder die 1 Zehntel Unzen, habe ich hier den Somalier Leoparden, auch an sich sehr schöne Münzen, eignen sich auch zur Krisenschutzanlage. Wer das natürlich möchte, ist immer eine schöne Sache. Wie schon gesagt, ich gehe noch nicht davon aus, dass wir auf 10.000 Euro hochsteigen werden, aber wir werden definitiv über die 2.000 noch kommen, auf jeden Fall in diesem Jahr. Und auch die nächsten Jahre werden wir auch weit über 2.000 Euro bleiben im Goldbereich. Deswegen ist es jetzt noch sinnvoll, in Gold zu investieren. Auch im Silberbereich, man sollte mal das Portfolio so ein bisschen halten. Viele sagen immer 80 zu 20, also 80% Gold und 20% Silber. Bei mir ist es jetzt so, dass ich 90% Gold und 10% Silber habe. Muss jeder immer wissen, aber ich habe auch in meinem Portfolio gesehen, dass einfach das regelmäßige Investieren in Gold auch in Sammlermünzen wird. Ich habe teilweise Münzen mit hohen Sammleraufschlägen schon auch gekauft, dass ich alles, was ich bisher investiert habe, das sich so wiederfinanziert hat, dass ich in einem Plus bin momentan von allen Investitionen. Deswegen sieht man selbst die Sammlermünzen, die ich natürlich noch für viel mehr verkaufen könnte, als ich das, was immer angegeben wird, da einfach schon gutes Geld machen könnte. Damit trotzdem behalte ich natürlich das Gold und Silber, weil ich auch der Meinung bin, dass es noch steigen wird. Das zum ersten Teil. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, schreibt sie einfach in den Kommentaren. Als zweiten Teil gehe ich noch auf ein, zwei, drei Kommentare ein, die ich zwar schon so auch beantwortet habe, aber vielleicht für jeden, der weiß es nicht um den, die Kommentare liest, sondern nur das Video sieht, auch sehr interessant sind. Eine Frage war, wenn ich mehrere Goldbarren habe, diese dann einschmelzen und zu Schmuck verarbeiten lassen und welchen Feingehalt der Schmuck dann hat. Also es ist natürlich immer so, wenn ich hier Goldbarren habe, jetzt zum Beispiel hier die 10 Gramm und hier steht es auch drauf, 999,9 Feingold und ich nur solche Barren hernehme und nichts dazu tue, dann werde ich auch immer einen Schmuckgegenstand von 999,9 Feingold haben. Das Problem ist nur, erstens das Einschmelzen, das kostet natürlich auch wieder Zeit und Aufwand und es ist natürlich schade um die Goldbarren, weil man da eventuell vielleicht sogar Recyclinggold besser hernehmen könnte, weil man das genauso auch gut wieder aufbearbeiten und schön machen kann. Zusätzlich ist noch dazu zu sagen, dass natürlich im Schmuckbereich ein Feingold wie hier 999,9 immer eher schlecht ist, denn Gold ist ein sehr weiches Metall und somit ist ein Feingehalt von 999,9 sehr anfällig für Kratzer, aber auch für Beschädigungen und deswegen eignet sich es für den Schmuck eher nicht, sondern eher, was meistens hergenommen wird, 585 oder 750er Gold. Auch das ist so ungefähr die Grenze, wo ich sage, das ist dann noch ganz gut. Bei mir ist es so, mein Ehring besteht auch aus 57er Gold, der ist nur gerade beim Gravieren, deswegen habe ich ihn auch nicht da heute. Da ist es aber auch so, dass ich da schon auch merke, dass da teilweise Grazahme drauf sind, die aber nicht so wild sind. Also das ist wirklich noch die oberste Grenze. Dies in Bezug auf das. Eine andere Frage war in Bezug auf das letzte Video Goldfreneli, ob es natürlich auch in andere Münzen gut ist zu investieren, wie zum Beispiel den Sovereign. Ja, ist es natürlich, auch Goldfreneli sind natürlich sehr bekannt, aber der Sovereign natürlich auch. Hier ein älterer Jahrgang, nämlich von 1964. Es gibt natürlich aktuelle Jahrgänge, die sind aber offensichtlich auch nicht mehr so schön und die Älteren haben natürlich auch teilweise etwas auf Preis. Kommt immer auf den Jahrgang und auf das Motiv drauf an, aber trotzdessen sind die auch immer nah am Goldpreis und sind natürlich auch sehr, sehr gut. Genauso auch an den anderen historischen Münzen, wie zum Beispiel die Deutschen Kaiserreichsmünzen, auch immer sehr, sehr schön. Die sind natürlich aber auch teilweise schon mit hohen Aufschlägen besiedelt. Deswegen sind immer die Frenelis an sich sehr, sehr gut, weil es von diesen noch einfach viele gibt. Besonders im 20-Franken-Bereich, im 10-Franken-Bereich gibt es nicht mehr so viele und natürlich im 100-Franken-Bereich gibt es ganz, 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 ganz selten, muss man wirklich sagen, nur noch Münzen. Von dem her ist es egal, ob man jetzt in den Freneli oder in den Sovereign investiert. Natürlich sollte man auch immer ein bisschen schauen, welche Münzen gefallen mir, welche sind immer schön. Die kann man natürlich dann besser investieren, aber so viel zu dem. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir in die Kommentare. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, abonniert natürlich den Kanal, damit ihr nichts mehr verpassen könnt. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut.